Hoho, da kommt noch so einer, ey. Nee, oder? Was ist das für ein Sprung? Ja, genau der. Der ist verdammt kacke, ey. Den hab ich auch verkackt. Ah, jetzt hab ich es geschafft. Juuu, ein Ocelot. Ach, schade, ich hab keine Kamera bescheißen. Nee. Ganz viele Ocelots. Aber mir lags extrem, ich merks, da hab ich das Lighting gesetzt, die Walde weg, dann war's wieder da. Da, bei mir hast du Grün-Pink. Also, grün-Laterne. Ja, bei mir auch, aber wenn ich Sachen hinstelle und sie dann da sind, da wieder weg sind, da wieder da sind, dann ist er bestimmt der Server, der gerade leckt. Glaub ich, eh. Äh. Äh. Da hin? Ernsthaft? Das soll gehen? Ja. Warum denn? Gibt es was, ich da hochklettere? Vielleicht? Nee, kriegst du wieder nichts. Aha. Ach, da, rüber. Oder was? Und dann? Ach, fickeln! Na, warte mal, hä? Geht das nicht? Nee. Mein Gott. Na, geht das nicht? Ich bin so geil, dass er sagt, geht das nicht? Nein, aber fällt nicht runter. Ich hab gerade versucht, abzukürzen, aber es geht nicht. Hm. Ah, ha, ach, du scheiß willst du, nee, warte mal. Ja, genau da stand ich gerade auf. Du stößt den Kopf an, ne? Ja, richtig. Deswegen glaube ich nicht, dass du von da aus springen musst. Ich glaube eher von dem Baum aus. Boah, komm zurück, okay. Nein. Doch. Ja, wo ich gerade sagen muss, da ist der einzige Weg da eigentlich sichtbar ist. Ja, das ist gut, okay. Okay. Boah, die Ender-Chests sind creepy aus. Okay. Äh. Äh, was ist denn der Scheiß jetzt? Das hätt ich doch, ey, meine Herren, jetzt mich doch schon unter dem Frutsch. Jetzt hab ich als Scherz gedacht, jetzt springst du mal in die Mitte rein, nicht der Sack, also komm nicht mehr raus. Oh. Ja. Damit war's das dann wohl? Ja, aber echt, das ist ja voll bescheuert. Hä? Das ist ja klar, ich jetzt nicht, wieso das so ist. Ich hab gedacht, du bist vielleicht nicht hochgeportt oder stirbst oder sowas. Nö, gar nicht so. Boah, ich war nicht so gut so gut geschafft. Ich staunke, dass du, dass ich das schneller hingekriegt hab da beim Bäumen. Mal hab ich gar nicht gut, dass es um die Ecke rumspringen geht. Bei mir geht's eigentlich auch. Also, ähm, manchmal krieg ich das relativ gut hin, manchmal ist das irgendwie problematisch. Boah, okay, ich merk was das Problem ist, diese blöden Ender-Chests. Das ist, die sind uneben und dem Sprechenden, äh, springt er nicht immer. Ne, aber das ist ja auch noch Täuschung vielleicht. Einbildung wahrscheinlich hier. Ne, aber der läuft, der springt echt nicht, wenn er nur da runter schlifft. Boah, hey, wieso hab ich das erste Mal geschafft, jetzt nicht mehr. Jetzt probier ich mal durch zu ziehen, ey. Unglaublich, bin ich auch schon da? Nein. Nicht, du dachtest, ich dachte, ich hab halt den Namen gerade über den, über den Ziel. Nein, ne, Fresse, ey, ich krieg den Einsprung da nicht hin, ey. Äh, ich krieg den, äh, eigentlich den, äh, fast den Einsprung nicht, weil ich ihn mal vorhin auf Anhieb geschafft hab. Gedacht hab, ach, bist du ganz schön schwierig. Da springt echt nicht, wenn er über die blöde Ender-Chests läuft. Weil hier ein Höheunterschied hat von einem Viertelblock, dann springt er nicht mehr, wenn er von einem Viertelblock zum Rand untergleitet. Geht doch, meine Fresse. Ey, so blöde Ender-Chests. Habst du schon mal geschafft gehabt? Dürfen Ender-Chests? Nein! Aber was sind denn das mit den Augen drauf? Ender-Frames. Ender-Frames, okay. Ja, da musst du ganz an der Seite langlaufen. Der hat auch mit einem Auge zählt als halber Glock. Ich hab das vorhin gemacht, ohne irgendwelche Probleme, weißt du, das ist das lustig gewesen. Bin auch durchgelaufen, so. Jetzt, so wie jetzt. So weit war ich noch nie. Jetzt verkack ich wahrscheinlich den Endsprung. Ja, ich sag's noch. Oh Mann. Oh Mann. Wieso sag ich denn sowas überhaupt? Er hat sich garan, ich glaub's nicht. Er hat sich garan. Das ist ja so. Ja, aber logisch, dass der Panause das Fahndib schafft. Hä? Schass. Irgendjahr mal. Ich brauche das Deck Lite an. Oh Mann ey. also ich mein ding echt oh je soul sand ist so eklig darauf zu springen super ich glaube wenn ich springe denke ich so 8000 slime block und dann da war es nur leid auf der seite gewesen ja nicht die leid nicht erwischt er traf gewartet ich den leiter setz nein ich habe mal kurz an meine e-sigarette gezogen zur beruhigung ja endlich ach scheiße solches produkt ich hätte ja auch ich hätte ich hätte den gleichen trick verraten wie man das viel einfacher macht haben wir hier auf dem pferd auch schön ja und ohne runter zu fallen 1000 brems damit extrem ne ja ba bat da ist der timing halt richtig schwer ja aber verlieren wir nicht problem ist du musst dann auf den slime block kommen und weil das was so verzögert läuft haben wir das timing nicht boah hier ist das selbe ding oder wieder mit so timing und so ne 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 da musst du ganz an der seite eigentlich laufen dann kannst du ganz normal laufen ich habe es geschafft ich weiß glaube ich habe das slime ohne mehr drauf ist doch nicht wahr jetzt oh ne oder ja klar ja logisch spring in die mitte rein natürlich hast du zwei zwei Pfosten nicht reichen an die mitte ja das habe ich beim ersten mal auch gemacht ja toll mein gott ich kriege den slime block nicht mehr ey ich war gerade oben hinweggesprungen geht doch ich bin ganz ruhig ich rechne die nie auf lol er ist die gerammt bei mir so scheiß feuer oh man ne scheiß feuer es wird feuer ausgeschlagen so hier hier so du auch noch wir brauchen das feuer doch für den Heißluftballon komm nicht mehr hoch komm nicht mehr hoch ach man nein ich glaube es nicht jetzt rennt er bei mir nie ey ja du musst ganz an der seite vom schleimblock mit shift aha damit du ganz normalen block im prinzip hast ja super ich war schon auf der schiff mein gott du stück scheiße von block wenn er braucht das ist ein scheißblock lol das kann es leider ein block ist ein scheißblock genau ein block voll kacke geht doch meine fresse ja müssen wir da nicht kleben bleiben was eben wenn was lol wie das cheatet ey wie cheatet wie du abgekürzt wie wenn das hier so geht lol ich hab das so gemacht vorhin ne ich bin in die grad beim erstmal auch hier hoch ich bin hier hin und her gesprungen da bin ich oben auf die dinge nicht ernst entschieden sagt er ausnutzen der map nein scheiße und der letzte sprung verkackt achso da muss man normalerweise lang warum ich kann doch hier guck mal ich kann doch hier ganz gemütlich hier rüberspringen nein dann springe ich hier auf den Pfosten das war die einfachste der Welt ja gut wenn man nicht unbedingt wenn man nicht unbedingt drüber springen dann geht das jetzt habe ich es geschafft Kühe hallo du hast schon vorher gehört zwei maps vorher na du alte Kudo ach ich kann dich ja gar nicht schlagen hast Glück gehabt meee meee ha was haben wir denn hier ach du scheiße ehrlich 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 oh man ja ehrlich oh man ich sehe nichts ich auch nicht wie hast du das jetzt gemacht ähm ja so genau eigentlich nur eigentlich nur shift-taste hoch und dann nur eine Sprung-Taste ja genug äh ja rüber zum zu sehen da ja ja super ja super der ist ein Sprung verkackt weißt du was die Kugel haben wir nicht mal getötet nee 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 hab ich auch schon probiert was das sieht lustig aus dein Name mit dem hinten mal links und rechts ach scheiße ich muss sogar die Fresse aufreißen ja jetzt gehts einfacher ja jetzt hat er eine Leiter hinkommen ach man ich will das aber so schaffen das kann man schon von unten her ich bin nicht von oben her scheiß ich aha siehste ja klar von unten ok boah das war knapp boah gerade ist er eben an der Kante hängen geblieben du alte dumme Kugel ist er froh dass ich die nicht hauen kann nein nein ich hab grad gecheckt dass er nicht rennt ey ich hab grad vor und hinten gedrückt und shift und alles und bin doch stehen geblieben ach du scheiße ey ja den Sprung hab ich gerade nicht geschafft boah du da eigentlich auf mir vorbeispringen wieder ich hab grad gesehen wie du die Kurve mich überspringen wolltest und jetzt der finale Sprung verkacken das wär kacke ach geschafft was really okay ja oder also so fake ach super dachte schon hm doch das ist fake doch das ist fake oder da geht nichts das ist in der Portal ne das ist fake wahrscheinlich muss ich ihn durch springen und wenn er hoch kommt aber gehts nicht hoch da ist ein Block am Boden oder hier hä ne ist nichts ähm hör mal hast du mal den Himmel hoch geschaut wir sind da inseln da oben ja und sind das für inseln oder sind es die Startinseln das kann auch sein das kann aber auch noch inseln sein wohin müssen kann ja auch sein aber mal ganz ehrlich wo gehts hier weiter mit dem bei der Karte warte mal ich ich konnte den Gamert hochfliegen nochmal anschauen ok hier gibts keinen Ausgang doch hier gibts keinen Ausgang gegenüber wäre ein Ender Portal also geht das nicht also geht das nicht schau hier ja also ich denke wir müssen eigentlich porten und machts nicht meinst du? ja ich bin hoch geflogen es gibt keinen Ausgang in der Map es gibt keinen Ausgang nach unten irgendwo aber du kannst doch nicht mehr in den Endportal reinstehen und mir am Anfang wurde mir auch dahin geportet daher hat die anderen Sachen ja funktioniert ja scheinbar geht der Port dann wohl nicht gerade ja ich denke man hier in deinem Portal ist und da drüben du hast in und out? hä? ich habe mich nicht mehr in und out ja wir haben es anschein geschafft da rüber zu kommen ja dann wäre es sicher so gedacht eigentlich aber weißt du was? hm? warte mal kann es sein dass die Hölle deaktiviert ist? meinst du durch die Hölle? ja vielleicht weißt du es ist ein warte mal ich schaue kurz auf dem Server ob eventuell die Hölle nicht aktiviert wäre das einzige was mir gerade Sinn ergibt ok guck mal die kann man dann mit dem Server aktivieren oder die aktivieren ja na komm schon boah hat letztlich ein Rad hier bei Nitrado jetzt wissen wir vielleicht warum sich der warum der Server zwischendurch leckt aha weil du meinst wenn Nitrado allgemein Probleme hätte ja das meiste ist ein Indikator dafür Nitrado selber geht zwar aber wenn ich den Server einlogge dann hat es das sehr lange zum Laden genau genau ja 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 okay wir machen wir starten kurz den Server neu jo dann machen wir kurz den Cut bis gleich bis dann ja 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 ja